Willkommen zurück zu meiner Folge Minecraft, dieser Folge 7 und 65. Wir müssten mal schlafen. Ein Bett dazu haben wir hier. So, in der Hoffnung, dass die ganzen Monster da wegsterben. So, wir haben jetzt noch ein bisschen zu dekorieren, zumindest ein bisschen vom Weg zu dekorieren. Und wir fangen auch wieder hier vorne standardmäßig an, denn das ist ein bisschen easier, wenn wir so an einem Punkt immer anfangen. Das ist doch doof. Ach komm, warum muss das denn sein? Mal, Pilze, warum haben wir noch Pilze im Inventar? Weil wir müssen dann mal hier ganz kurz raus. Pilze können wir rausschmeißen. Warum nicht den Knopf brauchen wir nicht? Äh. Das hätten wir jetzt auch nicht machen müssen. Wir könnten den noch raus tun. Ach nö. Jetzt müssen wir uns dann doch wieder sehr viel Erde holen. Ach nö. Da haben wir auch keine Kiste mehr hier, ne? Aber warte mal, die Enderkiste ist wenigstens total geblieben. Der hat mir alle, die Box ist da. Ich wollte schon sagen, der hat mir die kaputt gemacht. Das wär's ja dann auch gewesen. Guck mal, du noch mal grad die paar Spruce-Sachen rein. Dass wir hier das alles einsammeln können. Ach komm. Immer dieses 500 mal hoch und runter. So, was haben wir denn an Erde? Wir haben 10 Erde, hat er mir hier jetzt gelassen. Ja gut, dann müssen wir uns nochmal ein Stack Erde holen. Ja gut, äh, ja. Und dann müssen wir das aber ein bisschen flicken. Äh, genau in die Richtung war, glaub ich, gut. Und zwar genau, ja. Also, da hab ich auch gar nicht hier drin. Ich nehm mal zwei Stacks mit. Können wir einfach wieder zurück neu einsortieren. Ins Lager. Oh, einmal bitte nicht vorbeilaufen. Dankeschön. Ja, dann müssen wir gucken. Noch mal. Potzold und noch. Och, Mann. Immer diese Krippers hier. Gut, hier können wir grad weglassen. Da kommt noch ein Blick hin. Den wir grad nicht haben. Aber guck, das Erde ist schon fertig. Das heißt, die Erde können wir auch wieder da rein tun. Hätten wir mal eine braune Wolle. Das ist nicht schlecht. Braune Wolle können wir grad irgendwo mit unterbringen. Äh, die und die können wir wieder mit unterbringen. Die Frage ist noch genau. Hier können wir noch Pilze drauf tun. Ja, Potzold haben wir natürlich jetzt nicht, ne? Weil wie soll's denn auch anders sein? Wie soll's denn auch anders sein? So, hier den Baum. Sieht zwar nicht so ganz original aus, aber Naja, immerhin. Besser wie nix. So. Ähm, ähm, ähm. Wir wollen haben ein bisschen Potzold, ein bisschen Barronen konkret. Pilze können Tatsächlich weg. Ein Brick noch. Pilze können weg. Erde kann weg. Dann müssen wir uns ja mal kurz ein bisschen Äh, warte mal. Erstmal gucken wir grad hier nach dem Konkret. Wir gucken konkret nach konkret. Ja gut, dass die Pilze nicht ansortiert sind, das war klar. Braune Wolle, das ist gut. Beton, weiß ich gar nicht, ob wir noch was übrig hatten. Ich glaub nicht. Ja, dann müssen wir das mit Brauner Wolle ein bisschen auffüllen. So, die Sagen können wir auch schon mal einsortieren. Dann brauchen wir ein bisschen Potzold nochmal, 5-6 Stück. Und wir können nochmal zwei Pilze von jeder Sorte mitnehmen. Ne, ne, ne. Zwei Pilze und ein bisschen Potzold. Und ein bisschen Potzold. Ähm, wo haben wir denn Potzold? Das kostet Dirt. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. Ach. So. So, und, äh, Bricks brauchen wir auch noch einen. Ne, so viele wollte ich gar nicht haben. Lass mich doch hier runter. So, einen wollte ich haben, mein Brick. Genau. Dass wir das wieder reparieren können. Und dann wieder zurück zu unserer, ah ne, das war schon die richtige Richtung. So, und dann können wir hier erstmal den setzen. Und dann können wir hier nochmal, ähm. So, was machen. Hier ist ein bisschen viel brauchen, der Wolle. Äh. So, was. Warum hab ich das jetzt eigentlich nur durch? Ja, dann ist das auch in Ordnung so angemeldet. Hier noch ein Bild setzen. Brauchen wir gar nicht so viele Pilze hier setzen. Sonst hat da noch so einen hin. Vielleicht hier noch einen roten hin. Ja, guck doch, das ist so schön so. So kann man's lassen. Mit den Pilzen, so schmeißen wir die dann auch schon weg. Pilze weg, Erde weg. Tuff kann ich eigentlich auch wegsortieren. Polished Zeug kann auch weg. Braune Wolle kann auch weg. Super. Dann müssen wir gleich demnächst direkt schlafen gehen. So, das Schöne wird ja sein, wir werden jetzt immer mal so ein bisschen sowas machen. Und, äh, Puzzle wird ja auch gerade wegsortieren. Das machen wir auch nicht mehr. Ne, das nicht. Puzzle wird ja auch wegsortieren. Super. Und so, wie werden wir das machen? Und zwar wollen wir hier sowas machen wie das. Immer mal wieder hier so am Weg entlang sowas hingesetzt. Da ist ne Fackel, da braucht keine, gar keine hin. Hier auch mal schön irgendwie. Schön irgendwie mal was außerhalb, hier auf der Werkbank. Ne, also nicht drauf. Nicht genau so rum, wenn dann, wenn dann so. So. Hier wieder sowas, genau. Ja, ist immer noch die Giste, genau. Die wird auch nie da wegkommen. Super, guck mal hier auch noch was hin. Da kommt auch noch so ne Laterne hin. Da kommt hier sogar hier hin. Das ist nicht schlecht, dann wird das nämlich noch ein bisschen enger hier. Super, guck mal hier. Schauen wir mal, dass der Pilz nicht kaputt geht durch das Licht. So, 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 hier ist natürlich ein bisschen enger, aber das ist nicht so wild. Das kriegen wir so hin. Ne, ist ja kein, der wirkt nicht. Ne, 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 keine, kein Doppelzäune. Keine, keine Doppelzäune, danke schön. Keine, keine, kein Doppelzäune, auch nicht. Ne, das auch nicht. Noch keine Zauldauer, noch nicht. Erstmal die Fackeln, erstmal Licht machen. Erstmal Licht, 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 Licht. Hier müssen wir auch noch was hinsetzen, Bäume. Das ist nämlich ein bisschen zu offen. Hier ist nicht schlecht. Hier ist auch nicht schlecht. So, hier können wir auch gerade die Fackeln alle weg machen, die brauchen wir nämlich alle nicht mehr. Die sollen nämlich wegbleiben. Ne, 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 so nicht. Genau so. Ach komm, schon wieder falsche Tür. So, und dann hier und hier und hier und. Ganz wunderbar, da hin und hier können wir auch nochmal einen drauf setzen und so da hin. So, wir wollen mal schlafen gehen, haben wir gesagt. Und am besten das auch jetzt direkt, ansonsten gehen wir gleich kaputt. Und, äh, jo. Ich brauch meinen Zeug hier wieder, müssen Sie sehen. Ah, ne, das war schon richtig. So, und, äh, achso, warte mal, von hier komm ich ja gerade. Ne. Äh, da ist eine Fackel, ein Licht, dann können wir nochmal jetzt hier hinsetzen. Oh, hier noch was hinsetzen. Es muss ja auch vor beide Seiten weg, also belaufbar, ordentlich aussehen. Da muss auch noch ein Baum hin. So. Na, dann brauchen wir noch ein paar Laternen. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir sie her? Ich glaub, die kriegen wir gehandelt, ne, war doch, war doch so. Aber ich glaub, Laternen holen wir jetzt auch nochmal in der nächsten Folge wieder. Wenn sie sich feiern, dann lass mal eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis zu denen. Ciao, Leute.